Hallo Freunde, heute geht's. Danke, ciao. Ah, geht's eigentlich da hoch? Nee. Doch? Nee. Nee. Okay, nein. Ähm, wir sind total flusschillend angekommen. Wir wollen eigentlich erst nach rechts, nach oben. Jetzt sind wir irgendwo. Oh! Wir gehen mal nach oben. Wissen wir, warum da oben? Das sieht doch geil aus. Da ist irgendwas. Glaub mir, das ist böse. Böses. Oh! Was geht's hier? Ashley Mizuki Robbins. Käpt'n mal gegen. Luis ist Menschen. Oh yeah. Melina, mach mal langsam. Wo ist der scheiß Bewohner? Der ist unsichtbar. Bewohner! Trotzdem greift dich, Junge. Raus mit dir. Guck mal, der ist schon ein bisschen wieder zu viel. Oh my God. Die Augenringe. Die Augenringe von dem Bewohner. Oh la! Ah! Okay, okay. Ihr berückt euch alle. Alright. Was haben wir da jetzt freigeschaltet? Wichtig. Oh! Owe! Ole! Oh! Können wir da direkt den eigentlich freischalten? Mir wird ja der Wiki nicht mal angezeigt. ja wenn wir schon mal hier sind dann lasst doch hier durch oder was sagt ihr ja ich sag ja ja aber hier kann ich nicht nach oben nein naja was soll's let's go das ist von pikmin die musik nein ja ja morgen apollo willkommen sagt auch ein bisschen smash viel spaß mein friends so jetzt kommen wir jetzt, ah jetzt kommen wir, Toadette? 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 Whatever Xerneas aaaaaaah ich glaube ich sollte mal teams laden und speichern und so, jetzt speichern wir das Team, Proto Groton, ja passt habe ich sie jetzt speichern oder nicht? ich glaube ich schon aaaaah äh, abbrechen, danke, Job Team laden genau Proto Groten aber wir ändern das jetzt mal auf den Boi tiri 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 x3 jetzt dran ist der popp, verbrauchen wir ein Fy, was kann Fy? Versteack beispielsweise, das ist krank Ich würde gern fein mitnehmen auf jeden Fall. Wir haben 3 Storzen, dann machen wir das ganze mal, genau, 3 Storzen. Oh, hey, hallo, danke, ciao. Und fein, nice. Und das stellen wir auch mal speichern. Okay, sehr schönes Blutzen. Boah, Xenias. Leichte Dauerschaden für mich, okay. Er könne die Macht der Aura. Was? Du Idiot! Xenias gerufen und schon ist er raus. Was erwischt? Pollenallergie, LOL-Spieler. Geil! Xenias, ist Xenias ein Geist? Ja, ist tatsächlich! Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Ah, der freieskalieren. Ja, gleich mal abchecken, was Xenias drauf hat. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Geister, Stärken, Xenias Jetzt frage ich mich, Xenias Okay, Xenias kann man aber nicht entwickeln Denn bei den Charakteren Okay, das hat überhaupt keine Fähigkeit, nichts Weil bei manchen Charaktieren steht da direkt an, dass man es entwickelt kann Da, auf Level 99 ist Evolution möglich Trotzdem klatsche mal Xenias nicht hoch Doch ein bisschen Ein Maxi hier Ein bisschen hoch Einfach direkt auf Oh, meine Hand ist ausgerutscht Oh, meine Hand Oh, mein Gott Was Mr. Summon-Button, oh mein Die Singles haben raus damit Und schon sind alle Snacks weg, so schnell geht's Das sind die Singles Summon, das ist meine Nacht, Freunde Vor denen müsst ihr wirklich Angst haben, wenn eure Finger ausrutschen Da sind die Sounds weg Anyway, so Wir haben jetzt gar keine Snacks mehr Egal, was soll's Hey Okay, da kann ich noch nicht hoch Aber Wir können hier Ah, mal Wie redet ihr auf hier? What? Was? 13k Bis die Hauptgebung zu gewinnen, stärke Spitzangst Hm, komm, jetzt bauen wir mal Xenias Bild hier Xenias, Y, Power So, und zwar Hm, geht hat 5 Crits Macht die Moge gegen Einschlafen Kampfbegle mit Franklin Macht die Moge gegen Schalkerflex Macht die Moge, hm Weniger empfangen Schaden durch Nahkampfwaffen Wie Schwerter, hm Interessant Interessant Vielleicht, Nebelaufgust Hm, wisst du was? Kampfbegle mit Carrie Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Kampfbegle mit Carrie Nehmen wir da was Nehmen wir das einfach so aus Ah, ne, ne, ich wollte das speichern Ne, das war mal nachher Das Team wollte ich speichern Ah, vielleicht hätte ich doch den genommen Weil der hat ein Schwert Okay, okay, vielleicht Ja, den einen, den anderen da Subgeist Ah, mir ist heiß Also schon unfair mit diesem Carrie Was ist das da links? Ey, oh mein Gott, das ist Kirby Kann ich auch Nein, wo bin ich? Nein Oh mein Gott Metall, ich habe Angst Oh, das ist ein Subgeist Oh, das ist doch gerade Das ist doch gerade hart Das ist doch gerade hart Auf jeden Fall Also knapp Weißt du gesagt, knapp wegen der Zeit Lu Warte mal Oh mein Gott Hoffentlich Befreien wir hier Luigi Wow, wie kam ich drauf? Wegen Ja, weil am Anfang Die Luigi's Musik kam Beim ersten Gegner Bis hier kam ich gerade Einfach so spontan drauf Toadette Oh ley M-m-m-m Not that Captain Toad Oder ist das da? Also die Musik Huh? Me kem vor einfach Toad Oh man Oh 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 man, fast Was ist das für ne? Was steht da dran? Irgendwas mit Aktivierungsgeist? Ja, du kannst du deine Geister auf Erkündigung in die Ruine schicken Lord Ah Okay, und was Ah, geil Können die dann quasi Snacks und sowas farmen Hier kannst du Trupps aus Geister zusammenstellen Und auf Schatzsuche schicken Auszuge dauern stets eine Weile Äh, doch Wer durch hat, wird oft recht beschenkt Geil Willkommen Hier geht's Tollen Erkundungstour Ja, ich bin dabei Ich bin auf jeden Fall dabei Schick mal Teddy Komm, eines der ersten Geister Let's go Dann nimmst du mal hier Der sieht mir abenteuerfreudig aus Oh, der sieht mir abenteuerfreudig aus Ich schieb's mal den mit BISA FLOR Ah, das ist mit dir Und dann Oh, muah Timmel Der sieht mir abenteuerfreudig aus Los geht's Haut rein, Gefährt Aha Was ist das? Noch zwei Stunden Und zwei Stunden sind die unterwegs Okay, alles klar Wir sehen uns an den zwei Stunden Oder ja morgen Stamm der Tiki-Tax Donkey Kong Country Auch ein richtig geiles Spiel Hey, ich hab gerade los geilesen Oh, wie die aussieckend Oh oh. Oh oh. Oh, das war böse. Oh je, das war böse. Okay. Ice Climbers. Oh, die wären auch richtig frech. Wenn wir die bekommen. Wiggler! Tu, ture, tu-t Ture, 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 Ture... Na 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 na... I'm coming at Mina. Junge Loshy, bleibt mal stehen... PUT... dieser joshie ok stopp stopp was gibt es hier? 4 geistenpunkte oh! björn und rosina björn und rosina schwache schwerkraft ok eislein, ich habe feuer für euch guck mal hier feuer für euch, nur für euch soll ich die beiden mal trennen hehehe hehehe wow, ihr habt fast goals oh mein gott ok 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 björn und rosina björn und rosina jetzt kommt schon lol dacan duo total random meiner meinung naja was solls dacan duo genau dies ole, guck mal wie frech die aussehen nein 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 nicht so nein 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 ah 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 please 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 don't you need me to so nicht so nicht aber haben wir jetzt dacan duo vergeschaltet nice was Was ist denn los hier? Kann ich da nicht hin? Was ist da? Was ist hier? Richter. Bester Name. Aber geile Mucke. Schaut ihn einfach mit einer Sense. Mach nicht auf Flose. Geilste Attacke. Abenteuer, Beute, Flügel, Richter, Kinhaar, Kinhaar. Okay, hier ist auch irgendwas. Hier geht auch irgendwas. Gebt euch die Tunes, was wir tun. Oh. Was ist denn mit dir passiert? Hast du viele Gäste oder was? Aktivitätsleiter-Geist. Jetzt will ich schauen, was der drauf hat. Oder was der mit dir machen kann hier. Quasi. Lass das mal abchecken, bitte. Okay. Und was kann ich da machen? Ah, auch ein Dojo. Okay, ja. Naja, es geht auch im Dojo. Ja, passt schon, passt schon. Muss nicht unbedingt sein. LOL. Okay. Warte mal, da oben waren wir noch nicht fertig. Hier, genau. Oh, Ninja-Dom. Okay. Reflektiert, dann müsste ich immer sagen, okay, shit. Das ist dann nicht gut mit dem Carry. Egal. Unverwundbare Phase, lol. Ah, der hat nur einen KP oder was? Lol. Ja, wie der ist unverwundbar? Dann pack ich den mal raus hier, komm. Ja, mitz. Ja, mitz. Jawohl. Okay. Miniatum. Logisch. Oh. Hajimari, Hajimari. Geil. Keine Musik. Keine Musik. Naja, das tanzt doch wieder an, sondern das ist illegal. Naja, was ist jetzt mit ihr? Pückchen. Oh. Hajimari, Hajimari. Du, 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 du. Was glaubst du? Oh, du, du. Na halt. Wegen, gleich guto. Wegen, gleich gut. Sure. Du, du, ich glaube so. Los! Buff. Gewonnen! Na 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 ra na 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 na. Da da de de de. Oh, was? Okay, da gehen wir mal vor. Ich würde gerne runtergehen und gucken, was hier abgeht. Jetzt bin ich gespannt. Oh, Megaman. Ich halte jetzt safe sowas von Megaman frei. Da, ja. Nee. Doch, doch, doch. Das ist eigentlich eine Splatoon-Stage. Aber erinnert mich trotzdem an. Also, was heißt Splatoon-Stage? Sondern diese Goldfische da, diese ganze Splatoon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Megaman hier freischalten werden. Frau Unika aus, ganz der Alexid Light. Okay, ah. Annehmen. Hier hin tun. Genau. Annehmen. Hier hin tun. Genau das. Dr. Light. 10k. Oh, Light, machen wir langsam. Dr. Light! Dr. Mario! Mit Dr. Light zusammen, oh yeah. Was? Den haben wir auch fett geht ab du. Verländerungssphäre. So. Annehmen. Jetzt die Sache. Was passiert hier? Was passiert hier? Ok. Big Teenie. Was? 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 Das muss ich aus einem All. Wenn mich alles zäuscht. Was? 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 Ich lasse mein Leben. Fertig ab. Oh. Nein. Der hat sich kontakt. Nein. Nein. W Prozent. Ah. Woah. Hi. Ich bin auf jeden Fall Fuego. Das ist ja keine Lust. Das ist mein Pokébutt. Genau das. Hey nein, der hat aktiviert. Sehr schön. Victini! Versteigt eigene Smash-Ange, verkürzt Smash-Aufladezeit. Was? Was für ein guter Sub-Guys. Ich muss mich veräppeln. BD! Krass. Also Respekt, Victini ist richtig gut. Victini! Warte, wo ist die Team? Hier. Hat auch einfach nur eins, ne? Ein Slotfeld braucht es einfach nur. Krass. Krass, wirklich krass. Also war im Respekt. Nicht schlecht. Kaffee mit Erzkeule. Wow, Eskalation. Nehmen wir mal andersrum. Ähm... Speichern, ja. Das ist genau. Xeners. Aber jetzt mal Xeners dachte ich mir schon, nämlich. Muss ich das löschen? Bearbeiten? Löschen, genau. Ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Geil! Ist geil. Aber... Genau, jetzt kommen wir erstmal hin. Jetzt hat's Stones, okay. Oh, stopp. Oh. Süß. Du, 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 du. Didi, nee! Hahaha. Süß. Oh, was ist da unten los? Hihi. Oh my god. Hallo? Kann ich da auch mal bitte wieder hoch? Ich habe das. Oh, ist das ein wenig件. Oh, warte! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Duh, du, du, du... Duh, du... Du, 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 du... der leckmann gegen stereo bujaka bujaka 619 das ändert ja auch ganz kurz also ziemlich sehr op jetzt sag ich dir 10 ist er zu krank um 10 ist er zu krank helleckmann mit rein mysterio pikachu schon wieder juckt nein ah es sind kraftpunkten shit NEEIN Pika ja kommt davon Pikachu ich will gerne noch den eigentlich den Charakter befreien da können wir schluss machen aber was die Sache ist oh Susi ja komm passt die sollte kein Problem darstellen das passt vork es die 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 Eben Susi, Susi, jetzt aber Metanad, wir haben ja keine Zeit für sowas, komm jetzt hier. So, Mod platzieren, danke, ciao, danke, aber dich nehme ich mit, denn, okay, ich befreie einfach nur jetzt, ich gehe runter und befreie den, um die Geiste zu kümmern, das nächste Mal. Ich nehme mal nichts. Ich brauche noch, ah, oh no, stop, stop, stop. Oh, weh den, stop, 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 stop. Ich bin verwirrt. Habe ich noch einen im Gepäck von den Dingern? Die ich, die ich habe, jetzt kann man ja. Jetzt, Freunde, und am Ende befreien wir noch Pichu? Pichu? Lol, ich dachte Mega Man, ich war felsenfest auch von Überzeugung, dass es Mega Man ist. Anyway, dann befreien wir noch Pichu, dann machen wir auch für den Part Schlussurino. Ich komme wieder mit ihm und supreme. Pichu. Pichu! 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 das sollte ich nicht tun aber am ende haben wir ja noch peter befreit von den lieben dank fürs zusehen und dann sehen uns auf jeden fall im nächsten part wieder auf ich jetzt mal ich dachte irgendwas passiert der eskalation bis zunächst mal freunde